Das Wahrzeichen Teneriffas ist der Pico del Teide, der höchste Berg auf spanischem Staatsgebiet. Ihn sieht man mit seinen 3.715 Metern überall herausragen. Ein besonderes Highlight ist die Wanderung auf den höchsten Gipfel der Insel. Der gleichnamige Teide-Nationalpark ist seit 2007 auf der Weltnaturerbeliste der UNESCO. Sie sind eine Sehenswürdigkeit ohne gleichen auf Teneriffa, die Ancantilados de los Gigantes, was übersetzt Klippen der Riesen bedeutet. Mit bis zu 450 Metern sind Los Gigantes die zweithöchste Steilküste Europas. Den schönsten Blick auf die imposanten Felswände hast du vom Meer aus oder vom Strand Playa de los Guios. Im imposanten Tennogebirge warten mit dem Örtchen Mascar und mit der Mascarschlucht gleich zwei tolle Sehenswürdigkeiten auf dich. Mascar ist ein malerisches Dorf inmitten einer überwältigenden Landschaft und zu jeder Jahreszeit ein beliebtes Ausflugsziel. In Mascar startet auch die spektakuläre Wanderung durch die Mascarschlucht. Der Trail war jahrelang gesperrt, seit 2021 ist er wieder machbar. Teneriffa ist, anders als etwa Fuerteventura, nicht die perfekte Badeinsel, obwohl es auch auf Teneriffa schöne Lavastrände gibt. Wenn du aber einen weißen Karibik-Strand mit Palmen suchst, dann bist du an der Playa de las Teresitas, nördlich des Ortes San Andrés, richtig. Der knapp zwei Kilometer lange Strand wurde Anfang der 70er Jahre mit weißem Sahara-Sand aufgeschüttet. Eine Sehenswürdigkeit der ganz anderen Art ist der Drago Milenario. Das Alter des Drachenbaumes liegt bei 300 bis 800 Jahren, ist ein Nationaldenkmal. Du findest den mächtigen Drachenbaum in Ico de los Vinos, im Nordwesten der Insel. Besonders gut hat uns die Innenstadt von Puerto de la Cruz gefallen. Bunte Häuschen, Graffiti und unzählige Restaurants haben uns begeistert. Das kleine Städtchen La Orotava gehört zu den schönsten und ursprünglichsten Orten Teneriffas. La Orotava blickt auf eine jahrhundertlange Geschichte zurück. Und das sieht man der unter Denkmalschutz stehenden Altstadt an. Es macht einfach Spaß, durch die schönen Gassen mit den historischen Gebäuden zu schlendern. Im Nordosten der Insel befindet sich der Playa de Benijo. Für uns ist der Benijo Beach der imposanteste Strand der Vulkaninsel. Zum Baden ist der Playa de Benijo nicht geeignet, wegen der hohen Wellen und der starken Strömung. Ein weiteres Highlight ist das Anagar-Gebirge. Wenn an der Küste die Sonne brennt, liegt der Landschaftspark Anagar im Nordosten Teneriffas vielleicht sogar im Nebel. Dieser mystische Lorbeerwald ist eine der schönsten Sehenswürdigkeiten der Insel. Besonders gut wandern kannst du im Naturreservat El Pijaral. Auch die Bergdörfer sind sehr sehenswert. Die Altstadt von La Laguna gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und verzaubert dich mit vielen historischen und architektonischen Schätzen. Schlendere durch die Altstadt und genieße das Flair. Hier gibt es zahlreiche Cafés und Restaurants. Die Hauptstadt von Tenerife heißt Santa Cruz. Besonders die Plaza de España mit ihrem Wasserbecken und unzähligen Blumen lohnt einen Besuch. Das Auditorium, das Auditorio de Tenerife, ist ein abgefahrener Bound, erinnert an das Opernhaus in Sydney. Eine weitere lohnenswerte Sehenswürdigkeit findest du mit der Hafenstadt Garachico im Nordosten der Insel. Das japanische Kunstwerk Tensei Tenmoku, Tür ohne Tür, ist ein tolles Fotomotiv. Die gesamte Altstadt mit ihren bunten Hausfassaden ist sehenswert. Rund um den Plaza de la Libertad gibt es einige schöne Cafés und Restaurants. Eine abgefahrene Landschaft erwartet dich am Playa Amarilla. Diese Formation mit buntem Sandstein erinnern uns sehr an den Südwesten der USA. Unser Tipp, laufe am Strand entlang und entdecke die Gegend. Dieser Steinbogen liegt inmitten einer ebenso schönen Landschaft. Noch ist er nicht sehr bekannt, er ist ebenfalls ein tolles Fotomotiv und lohnt einen Besuch. Die Punta de Tenno ist die westlichste Spitze der Insel Tenerife. Wir haben uns E-Bikes ausgeliehen und sind damit bis zum Leuchtturm gefahren. Die Alternative wäre Laufen. Dort erwarten dich an Piscina Natural, kleine Boote und ein herrlicher Blick auf die Los Gigantes. Die Barranco del Infiano ist eine bemerkenswerte Schlucht. Du darfst hier nur mit Helm wandern. Es erwartet dich eine tolle Landschaft, Tiere und das Highlight ist ein Wasserfall am Ende der Schlucht. Diese Tour hat uns sehr gut gefallen. Und jetzt